So, das Hängen behoben und da hängt es schon wieder. Oh, ich krieg die Grätze hier. Ohne Witz, Leute, ohne Witz. So, erstmal ein paar Hühner-Sons-Baschen wieder. Ja, du, Nummer 1. Nummer 2. Oh, ich hab vielleicht zwei beide erlegt. Schön, so. Evolution. Hm, mach ich noch nicht. Oder? Ja, nee, doch. Body, Body mach ich. Oder? Soll ich's lassen? Brauch ich Body wirklich? Ich lass es mal weg. Ja, da hab ich mehr, mehr Versuche, ne? So. Ich renne jetzt auf dich zu. Du dumme Kuh. Was ist los? Das war schon mal der erste Fail. Und wieder weg. Ah, nein, nein, nein. Evolution. Wow, wow, wow. Was ist das? Wow, wow, das ist einfach hier grad ein... Äh, egal, ich will's einfach nur hinter mich bringen. Ja? Und ich greif dich jetzt nochmal an. Und... Nein, äh, ich mag... Ich mag diese Attacke nicht. Oh, so könnte's gehen. Äh, äh, ja. Und jetzt, zack, und... Äh, da, 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 da... Und zack, nein! Ah, mach keine. Aua, au, 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 au. Äh, capability, neck. Extend neck, ja. Komm nur her, komm, komm nur her. Ha! Ne, ne, ah, 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 ah. Ah, du Bitch, du. Ja, äh, jetzt... Hat er mich jetzt grad... Zweimal hintereinander geschlagen? Ah, das ist doch unglaublich, oder? Das ist doch echt unglaublich. Ja, jetzt kommt's aber, jetzt kommt's aber. Dicke meine... Ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht lieb! Ich werde nie mit dir schlafen! Ernsthaft? Nein! Keine... Ich hab Pause gedrückt. Ich bin doch so ein Ommel! Wir resetten. Unglaublich. Dieses Spiel macht unglaublich Freude. Vor allem, wenn man Pause... Und das Evo-Menü verwechselt. Ja, dann macht das Spiel wirklich unglaublich Spaß. Es ist... Also, der Wahnsinn. Der volle Wahnsinn. Ja, ja, bla, 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 bla. Nein! Oh, oh, äh, 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 das war mein Fehler, blum, blöd, blöd. Ich hab neues Spiel gemacht. So, schön. Komm, 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 komm. Ja, ja, mal. Ah, seht ihr dieses epische Opening? Mhm. Ja, ihr seht es. Schön. Continue. Ja, wir wollen weiterspielen. Das ist unglaublich. Wir nehmen das. Ja. Ich hab da jetzt ziemlich viel abgezogen und... Bin nur wegen diesem... Äh, mit diesem... Mit einem echtem Controller... Das ist der Punkt. Mit einem echtem Controller könnte mir das nicht passieren, weil... Start und Select... Also, finde ich noch beim Super Nintendo Controller, äh... Dennoch übersichtlich, auch wenn sie gleich aussehen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade eine kühle Brise... An meinem Fuß. Das deutet eigentlich immer auf eine große Schnarke hin. Äh, ja. Aber es kann auch einfach nur sein, dass... Irgendwo die Tür aufgegangen ist. Hm, ne. Scheint keiner da zu sein. Okay. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter, ne? Haha. Froh und Alter. Machen wir weiter. Ja, nein. Trink. Ey, was ist... Was wird das jetzt hier? Hyänen-Domination? Ne, ne. Sag mal. Also, funktionieren jetzt die Basics hier nicht mehr? Das ist das Evolutionsmenü. Das ist Pause. Evolutionsmenü. Pause. Evolutionsmenü. Pause. Evolutionsmenü. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich sollte es haben. Ich muss es haben. Evolutionsmenü. Brav. Ich brauche keine Pause jetzt. Überhaupt keine Pause. Ich brauche... Ich brauche keine Pause. Ich renne dir jetzt einfach entgegen. Beiß sie. Beiß sie. Äh, und benutze gleich mal die Evolution. Juhu. Ja. Dieser Kampf macht Laune. Und diese zwei Bitch-Slappings hintereinander, die finde ich halt alles andere als okay, ne? Schon wieder auf Pause gedrückt. Leute, Leute, Leute. Das nervt mich. Dieses Bitch-Geslappe. Renn bloß weg. Renn weg. Renn weg. Ja, ja, ja. Schön. Mach du nur dein Eis. Scheiß. Ja. Komm her. Zack. Zack. Oh, ja. Toll. Zack. Noch habe ich. Äh, jetzt soll ich das mit dem Neck machen. Ja. Und ich greife einfach weiter schön an. In der Hoffnung, dass es was bringt. Ja. Ja, ja. Jo, jo. Mach du nur. Mach du nur. Mach du nur. Nein. 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 Ja, wieder Evolution. Neck. Ta-da-dam-ta-m. Oh, keine Pause, Mann. Evolution. Neck. Evolution. Neck. Oh. Nicht mehr viel habe ich auswahl. Die muss jetzt einfach... Oh, die ist gestorben. Oh, herrlich. 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 Ich habe es geschafft. Juhu. Wenn ich das jetzt nicht aufgenommen habe, töte ich mich. Ähm. Im nächsten Take geht es dann weiter mit der rührenden Geschichte von Yeti Junior. Ja.